Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer und natürlich auch liebes Team vom Bundesfestival Junger Film. Außergewöhnliche Umstände erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen und deshalb gehen wir nicht hin zum Bundesfestival, sondern der Film kommt ins Wohnzimmer. Also nicht das große Kino, sondern der kleine Bildschirm. Aber die Filme werden sicherlich großartig sein, da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, es trotzdem stattfinden zu lassen, aber ich glaube, es sollte einmalig bleiben. Denn so ein Festival lebt nicht nur davon, dass man sich die Filme anguckt, sondern man will sich auch treffen, man will sich auch austauschen und man soll natürlich auch das Saarland genießen, denn das zeigt sich mit dem Bundesfestival als ein Standort für Kreativität und für Kunst und Kultur. Also in diesem Jahr eine Ausnahme, im nächsten Jahr geht es weiter. Ich freue mich schon auf die Filme, ich wünsche alles, alles Gute und bedanke mich natürlich bei dem Team, das es geschafft hat, das so auf die Beine zu stellen. Herzlichen Dank und Glück auf!